Von all den erstaunlichen Tyrannosaurien, die einst die nördliche Hemisphäre der späten Kreidezeit beherrschten, ist Tyrannosaurus Rex natürlich der beliebteste und bekannteste. Der König ist sogar so beliebt, dass er oft alle anderen der fantastischen Tyrannosaurien in den Schatten stellt. Schließlich werden diese Theropoden nicht ohne Grund Tyrannen-Echsen genannt. Der Tyrann, über den wir heute sprechen, schafft es sogar mit einem anderen riesigen Tyrannosauriden und einem anderen Spitzenraubtier zu koexistieren und in seiner Umgebung zu gedeihen. Reisen wir also zurück in das Kampanium der späten Kreidezeit und sehen und sehen, was es mit diesen Dinosauriern auf sich hat. Das Kampanium der späten Kreidezeit Nordamerikas war eine Zeit, die an Land von den Tyrannosaurien dominiert wurde. Der westliche innere Seeweg teilte Nordamerika auf mit Larimidia im Westen und Apalachia im Osten. Zu den zeitgenössischen Tyrannosaurien aus dem Kampanium Nordamerikas gehören die Teratophonine-Mitglieder Teratophonius, Lytronax und Dynamoterror, sowie der Eo-Tyrannosauria Pistahi-Versor und der Albertosaurine-Gorgosaurus. Unser Tyrannosaurier lebt in Larimidia. Ihr habt es erraten. Es ist der Daspletosaurus. Das Pletosaurus, Typus-Art de Torossus, Erstbeschreibung 1970 von Russell. Die zweite Art ist das Pletosaurus Horneri, benannt 2017. Die dritte und jüngste Art ist der 2022 benannte das Pletosaurus Wilsoni. Das Pletosaurus wurde auch schon mit Thanatoterroristis synonymisiert, die meisten Forscher stimmen aber dabei nicht zu. Seit 2020 bilden das Pletosaurus und Thanatoterroristis eine Untergruppe innerhalb der Tyrannosaurini, die das Pletosaurini. Für dieses Video werde ich das Cardogramm von Scherer und Vojtulescu-Holwart aus dem Jahr 2023 verwenden, um ihre taxonomische Einordnung zu zeigen. Die das Pletosaurini werden innerhalb der Tyrannosaurini eingeordnet, einer Gruppe, die ausschließlich im Campanium und Maastrichtium der späten Kreidezeit vorkommt, also den letzten zwei Zeitaltern der Oberkreide. Die Tyrannosaurine sind die Gruppe mit den größten und bekanntesten Tyrannosaurien, zu denen Tyrannosaurus, Tavosaurus, Susheng Tyrannus, Dynamo Terra und das Pletosaurus gehören. Das Pletosaurus selbst wurde in einer Vielzahl von Paleomedia und Fernsehserien gezeigt, darunter der Dinoplanet, Dinosaur King, die letzten Jahre der Dinosaurier und Libsyn Evolution. Mit einer Höhe von drei Metern war das Pletosaurus ein Riese seinerzeit. Er erreichte eine Länge von 8,5 bis 9 Metern und ein Gewicht von 2 bis 3 Tonnen. Es gibt jedoch ein Riesenexemplar von das Pletosaurus Torosus, CMC VP 15826, Spitzname Pete III., das möglicherweise eine Länge von 11 Metern erreichte. Das Pletosaurus besaß einen riesigen, 1 Meter langen Schädel, mit großen Schädelfenstern, um sein Gewicht zu reduzieren. Das Pletosaurus hatte auch einen gewichtigen Schwanz, der ihm Stabilität verlieh. Wie T-Rex soll auch das Pletosaurus Lippen gehabt haben, die der Schnauze ein eher Echsenartiges Aussehen verliehen, anstatt ein Krokodilartiges. Das Pletosaurus hatte die gleiche Körperform wie andere Tyrannosaurine, mit einem kurzen, S-förmigen Hals, der den massiven Schädel stützte. Obwohl sie im Vergleich zur Körpergröße winzig waren, hatte das Pletosaurus die längsten Arme aller Tyrannosaurine. Da das Pletosaurus und T-Rex beide Tyrannosaurine-Mitglieder sind, können wir die Bisskraft von T-Rex nutzen und über die Bisskraft von das Pletosaurus spekulieren. Die Schätzungen der Beißkraft des T-Rex variieren. Ich habe bisher alles von 30.000 bis über 50.000 Newton gehört. Da der T-Rex aber ein außergewöhnlich guter Knochenbrecher war, werde ich hier das untere Ende der Skala verwenden, um die Beißkraft von das Pletosaurus grob zu schätzen. Wenn ein 8 Tonnen schwerer T-Rex eine Bisskraft von 30.000 Newton hatte, könnte ein 3 Tonnen schwerer das Pletosaurus eine Bisskraft von 11.250 Newton gehabt haben, was definitiv genug ist, um zeitgenössischer Megafauna Schaden zuzufügen. Bedenkt, dass das reine Spekulation ist. Einige der fossilen Fundorte von das Pletosaurus sind die Two Medicine Formation, Old Man Formation, Judith River Formation und Dinosaur Park Formation. Es scheint, als ob der gute alte das überall war. Everywhere I go, I see his face. Der Pletosaurus war in vielen Lebensräumen anzutreffen, da die Formationen, in denen er gefunden wurde, sehr reich an Fauna sind. In der Two Medicine Formation wurden Ankylosauri wie Edmontonia, eine einzelne Vogelart, einige Ceratopsia wie Aeniosaurus und Styrakosaurus, Dromeosauri wie Dromeosaurus selbst und der Trodontidis Denonicosaurus, mehrere Ornithopoden wie Maiasauro und Orodromeos, eine einzige Oviraptorosaurierart, sowie drei Tyrannosaurioidea, darunter das Pletosaurus Oneri, das Pletosaurus Vilsoni und möglicherweise Gorgosaurus Libratus. Außer den Dinosauriern enthielt die Formation auch Süßwassermuscheln, Schnecken, Schildkröten, Eidechsen und Chumsosaurier. Die Old Man Formation enthält Fossilien verschiedener Dinosaurier. Theropoden wie das Pletosaurus Taurosus, Stenonicosaurus und Struzium Mimus Altus, sowie Ornithus Schia wie die Ceratopsia Kasmosaurus und Gremlin, den Ankylosaurier Skolosaurus, die Hadrosaurier Choritosaurus, Parasaurolophus und Maiasauro. Jetzt wird es wirklich interessant, denn die Juliet River Formation ist bekannt für Amphibien, Knochenfische, eine einzige Stachelrochenart, den Choristo der Chamsosaurus, die Krokodile Brachyjamsa und Dinosuchus Hatschiri. Dieses Bild kommt mir in den Sinn. Einige Eidechsen und viele Dinosaurier. Zu den Dinosauriern gehören die Ornithuskia Lambeosaurinae Choritosaurus, die Ankylosaurier Edmontonion Zool, der Ceratopsia Avaceratops und viele weitere. Theropode Dinosaurier. Ah. He he boi. Gorgosaurus und Aspletosaurus, Dromeosaurus und Sauornitolestes, der Hesperones und viele mehr. Nicht zuletzt umfasst die Dinosaur Park Formation Wirbellose, Fische, Säugetiere, Echsen, Krokodile, Choristodera und viele Dinosaurier wie Edmontonia, Centrosaurus, Chasmosaurus, Pentaceratops, Styrakosaurus, Choritosaurus, Lambeosaurus, Parasaurolophus, Stegoceras, Onitomimus, Citipes, Dromeosaurus, Latenivenatrix, Pectinodon, Stenonycosaurus, Das Pletosaurus, Gorgosaurus und viele, viele mehr. Das Pletosaurus gibt uns auch einige mögliche Einblicke in sein soziales Leben, da mehrere Das Pletosaurus in der Two Medicine Formation zusammengefunden wurden. Dale Russell erklärte, dass Das Pletosaurus aufgrund der kräftigeren Schädel von Tyrannosaurine-Mitgliedern wohl eher Teratopsia gejagt haben könnten, während der leichter gebaute Gorgosaurus Hadrosaurier jagte. Die Überreste der Das Pletosaurus aus der Two Medicine Formation wurden jedoch zusammen mit Hadrosaurien gefunden und zeigen deutliche Anzeichen von Nahrungsaufnahme, was bedeutet, dass Das Pletosaurus und Gorgosaurus möglicherweise dieselbe Beute gejagt haben. Ein junges Exemplar von Das Pletosaurus zeigt Bisshunden im Gesicht, die von einem anderen Tyrannosaurier stammen. Bisshunden im Gesicht sind bei Theropoden insbesondere bei Tyrannosaurien sehr gängig. Mit Gorgosaurus und vielleicht Deinosuchus zu konkurrieren und sie in bestimmten Bereichen sogar zu übertreffen, vor allem wenn es auf die Jagd um große Tiere geht, ist jedoch eine Leistung, die nur der Das Pletosaurus verbringen konnte. Der Das Pletosaurus könnte auch das größte, rein terrestrische Raubtier im Kampanischen Nordamerika gewesen sein und möglicherweise nur mit dem Dynamo Terror in Größe konkurrieren. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich hier etwas vergessen habe. Das war's mit dem Video zum Das Pletosaurus. Ich hoffe ihr habt etwas Neues oder Interessantes lernen können. Klickt gerne eine dieser Blasen für weitere Videos und schaut gerne mal bei Twitter für weiteres Dinosaurier Zeugs und bei Instagram für Fitness Zeugs vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Megaraptor out.